ARD Text im Auftrag von Funk Wo ist hier noch irgendwo eins? Da! Das, meine Freunde, war ein Versehen. Das kann ich auch nur so betiteln, das war wirklich dumm. Wo krieg ich jetzt so verdammten Warnböltank her? Außer hier hinter! Nee, da kann ich so nicht hoch. Kann ich auch nicht drüber steigen anscheinend. Nee. Hall, ist nicht möglich. Solange du wild bist. Oh, jetzt verstehe ich. Da sind Weiner unten. Okay, das klappt auch nicht so ganz. War vielleicht ein Stück weit zu spät. Das Porten gewesen. Ich versuche einfach nochmal. Irgendwie muss man ja da runter kommen. Okay. Fliegen. Funktioniert! Nein! Nein! Böse! Genau! Böse! Habt ihr schon richtig verstanden? Ich muss mich noch an diesen Megasprung gewöhnen. Okay, damit kommt man hoch. Gehen wir mal hier runter. So. Hier sind glaube ich ein paar mehr von diesen... Ich bin gar nicht da, Leute. Ratten! Verrichtet euer Tagewerk! Kann ich euch eigentlich aufrüsten? Bitte, 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 bitte. Ja, ich kann die aufrüsten. Oh, noch mehr raten. Ui! Ich muss noch viel mehr raten, den ich zu tun. Wie cool! Mücken machen mir Damage. Ich bin aber sogar so einer Sack krank. Wie geil! Nummer eins! Nein! Verpiss dich! Ich will nicht mit über Gott sprechen heute. Jetzt ist es potenziell problematisch. Sehr problematisch. Hier, das kann ich auch machen, wie geil! Wo lande ich hier wohl? Okay, hier. Ich hab nur, dass von dir jetzt ich überhaupt kein Leben hab gerade. Das könnte ein Lebenstrang sein. Das könnte. Ratten tun ihnen ja auch nicht weh anscheinend. Das kotzt mich ja erst ein bisschen an. Ey, wieso speichere ich eigentlich nicht? Ich muss ja völlig krank sein, hier nicht zu speichern. Aber das sag ich nicht sehr oft. Ne, das kann ich nicht mehr überleben. Scheiße! Ja, ich weiß, dass ich mich gerade im Kreis drehe. Und weg, und weg, und weg! Sehr schön! So, ich habe es geschafft. Ich habe meine ganzen Sachen wieder. Vor allem auch schön mit Munition aufgerüstet. Oh, sehr schön, sehr schön. Nein, die Scheißpflanzen, die können mir nichts anhaben. Die auch nicht. Ich bin viel zu fast, viel zu fast. Nice. Wuhu. Okay. Sind die Dinger überall? Ja, die sind überall. Das sind Weiner, die überlasse ich mal ihnen. Ich bin selbst. Zu höheren Ebene des Roger Waterfront. Der Waterfront. Es ist und bleibt dein Rätsel. Was sind das denn für Scheißteile? Nee, habe ich auch soweit erst mal nichts mehr. Das heißt, wir haben erst mal keine Ruhm mehr. Nee, nur dorthin. Nur dorthin. Okay, braucht es jetzt noch problematisch. Nee, ich möchte nicht wieder zurück. Da kann ich euch schon mal beruhigen. Ah, hier ist so ein Türgriff, 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 Türgriff. Kann ich mich eigentlich auf halben Wege rauszuloportieren? Nee, kann ich nicht. Hätte ja sein können. Da hätte man sich irgendwie den Weg versperren können. Das wäre ein harter Bug gewesen. Danke für den Schlüssel. Ach, deswegen sind die gerade so aggressiv auf mich. Ja, ich mache schnell einen Prozess mit euch. Tja, von wo kam das wohl? Ich kann den nicht töten, oder? Ich kann den einfach nicht zu weit wechseln. Ah! Nummer zwei. Und nochmal drei. Beantragsschlüssel. Und das Gebiet ist abgegräst. Das war vielleicht unnötig. Nach Central Russia. Okay. Was sind das überhaupt für Typen? Wieso dürfen die andere Leute töten? Einfach so. Kleine Verbrennungsverbesserung. Centrall der Ratso. Tja, du fällst hier runter. Hehe, 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 hehe. Jetzt habe ich keine Betäubungsbolzen mehr. Schade. Ja, hat mir sehr gefallen. Unten wir ruhen schon wieder. Ach, das ist noch weiter unten. Was haben wir hier denn? Also wir sind wirklich, das ist sehr stimmig gestaltet, muss ich zugeben. Sehr stimmig. Vielleicht ein bisschen karg auch, kann man sagen. Aber es ist ja so ein richtig, so ein, das hier richtig so das Gossen, das Gossenviertel. Ich muss wirklich sagen, so das Gossenviertel. Und ich habe hier eine Wohnung, die ich ran kann. Einbrechen! Oh, 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 oh. Seitengasse? Richtig harte Seitengasse sogar. Hier muss es doch eben mal einen Trick geben. Diese Gasse ist nicht umsonst da. Trotzdem würde es mich sehr verwundern. Gott. Okay, ich habe offiziell keine Ahnung. Also wieder raus hier. Ach, und deswegen überschwemmt noch ein Ziel. Aha. Sie halten es unter Wasser. Ja, ihr habt schon richtig gesehen. Ich bin nicht der Guteste. tot. Null. Aha. Was willst du? Bro. Ich hätte euch vielleicht vorher sagen sollen, dass ihr keine Chance gegen mich habt im Kampf. Ich bin viel zu gut. Ja. Ah, Schleichwege. Ich liebe Schleichwege. Ich hätte es niemals genutzt. Hätte ich sie mal genutzt. Hätte ich sie mal genutzt. Aber nö. gibt es andere menschen nicht